Nationalhymne. Na-na-na! Auf geht's! Oh yes, ey, ich liebe das! Silenzium, Silenzium! Also das war jetzt in Gang zu kritisieren, fang ihr auf Team 4 ans Start ist, weil ihr ab und zu auf der Bank sitzt. Seid ihr nicht immer da, dann müsst ihr auch als Team 4 wieder auffallen. Ja, der versteht nicht. Wir wollen das Ding hier durchziehen. So, macht ihr auch mit? Nein, wir machen nicht mit. Was du machst? Filmen? Sicher mache ich filmen. Filmen wollen wir nicht. Das war eine Lachnummer. So, Rüdiger, da möchte ich jetzt natürlich mal Taten sehen. Das war eine Lachnummer. Und wer hat gewonnen? Kann ich mal freudige Gesichter sehen, bitte? Der Rest, alle, die nicht mitgespielt haben, nach vorne. Von rechts beginnt Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4. Rüdiger, Rüdiger, kommt doch mal rüber, jetzt der Eierlikör für deine Gruppe. Ist der für meine Damen? Loser, 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 Loser. Der charmante gemeinsame vierte Platz. Zweiter Sieger ist die Gruppe 2. Jaaaaaa! Protest! Dann nicht angehen! Protest! Was hat's genützt? Trotzdem hat's genützt. Was ist das? Was ist das? Die Frage ist das, was ist das? Die Frage ist das, was ist das?